Wir starten in den Tag 14, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim M1M Tech Channel und der Xmas Party 2019, dem Adventskalender ohne Funklöcher. Und damit geht ein fettes Dankeschön raus an die Firma Gigaset, die eins ihrer Produkte gesponsert haben. Danke also, dass ihr den Tag 14 meiner Xmas Party möglich gemacht habt. Zu gewinnen gibt es heute das neue Gigaset GS290. Ein Smartphone made in Germany mit einem großen 6,3 Zoll Display, Full HD Plus Auflösung und das Display ist auch noch im Look up to date, bietet schmale Displayränder sowie eine recht klein gehaltene Notch. Angetrieben wird es durch einen Octa-Core Prozessor, dem 4 GB RAM und 64 GB Speicher zur Seite stehen. Wem das zu wenig ist, der kann per Speicherkarte noch erweitern. Auf der Rückseite erwartet euch dann das Dual-Kamera-Setup, was über eine 16 Megapixel Hauptkamera verfügt und auch einen HDR-Modus bereitstellt. Bokehaufnahmen, also der beliebte verschwommene Hintergrund, ist hiermit auch möglich. Damit steht einer Fototour also nichts mehr im Wege. Videos können übrigens mit Full HD aufgenommen werden. Entsperrt wird das GS290 entweder per Gesichtserkennung oder per Fingerabdrucksensor, welcher sich ebenfalls auf der Rückseite befindet. Um die Akkulaufzeit muss man sich dank des großen Akkus von 4700 mAh auch keine allzu großen Gedanken mehr machen. Aufgeladen wird dann entweder per USB-C mit Schnellladung oder auch per Wireless Charging mit bis zu 15 Watt. Auch die weiteren Specs klingen gut. Dual-SIM, 4G LTE, Bluetooth 5.0 und sogar noch ein Kopfhöreranschluss. Wie ihr drankommt? Ganz einfach. Lasst einen Kommentar mit dem Hashtag M1MXMIS2019 da und schon hat einer die Chance auf ein neues Smartphone. Alle Infos zu meinem Adventskalender findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt das also auf jeden Fall mal ab, bevor ihr hier mitmacht. Jetzt aber viel Glück an alle. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Bis morgen.